Es ist ein Gerät, elektronisch. Man braucht es mit Computer. Man kann es auch mit Smartphones brauchen. Und es braucht ein Zubehör, welches das teuerste ist, um immer wieder zu kaufen. Und es gibt solche, die sind schwarz-weiss, aber die nicht. Es braucht eine Verbindung zum Computer, mit Kabel oder über die Luft. Trunkel. Genau, aber eben nicht ein schwarz-weisser. Halb. Halb trunkel. Genau.